Schlag den ab! Spiel! Schlag den Täti! Schlag dem auch nicht! Das wird doch vorlesen! Super Korb! Also wenn es jetzt angemacht und dann wirst du richtig fisch! Ihr solltet einen Ball auf einen Basketballkorb werfen. Es wird aus einer Film von 20 Metern gestalten. Wenn keiner von euch getroffen wird, dann extra 1 Meter näher heran. Bis zu 12 Metern. Es geht der Erste, der den Ball in den Korb trifft, wenn ihr beide trefft. Hier sind wir nun zusammen getroffen. Werden wir treffen, sind von der Mann von der Welt. Es kommt Publikum triffisch. Ich natürlich nicht. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt einen Ball in einen Basketballkorb werfen. Es wird aus einer... Ein grischende Bär! So göttlich! Ich muss jetzt mal ein Bild vom Rad googeln. Ich musste jetzt nochmal in echt sehen. Bis zu einer Distanz von 10 Metern. Der Erste, der einen Ball in den Korb trifft, gewinnt. Wenn ihr beide trefft, geht es aufgeregt. Ja, ich auch. Y! Ja! Also dann, 20 Meter. Nur auf Modus. Hä? Hast du alles gedrückt halten? Weiter. Weiter. Und... Was soll ich denn hier noch machen? Nach oben einfach. Wenn du loslässt... Du musst nur loslassen. Du musst nur loslassen. Nein, 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 nein. Ich bin da eben. So. Da muss ich auch noch... Ja klar! Gleichzeitig die beiden! Hey Leute, die Grenzen vielleicht auch mal die ganze Zeit so machen. Das ist viel viel besser. Juhu! Voll daneben. Lippa! Die Lapp ist kaputt, Mann! Du hast falsch gewettet. Bedeutungskonferen sind verabschieds. Deine Hand. Ah, mit dem Kopf! Der wird auch so schwer ist! Sei grünster. Der Schatzmann, der Kunstrecht so. Hierbei nicht so. Also fast vielleicht. Nee, gebraucht. Tsch approache. Ne, ich bin zu dem Mann, der Job. Da oben auch hier so drin ist. Zack, zack, zack! Später werde ich mich versinken. Ja, der Typ ist ne Karikatur mal. der Dingern auf 19 die Knochen er kommt da hat er ein paar Euro aber auch mal ein guter nein wenn es uns so wie so so wie so gut voll das war nichts das heißt es ist Gott mach schnell die Kammer mit Mann stand der Spiele stand bis jetzt